Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Conquer in Action. Ähm, verdammt. Wir kämpfen ja immer noch gegen diese Teddys. Die sind bis an die Zähne bewaffnet mit Kram. Und die machen diese komischen Geräusche. Wow, das war knapp. Ich sehe hinten einen, aber den treffe ich so bestimmt nicht. Das sind diese olden Typen. Komm mal her. Das ging zum Glück daneben. So, die perfekten Schützen, so wie... So, er nicht. Genauso wie ich. So, zwei sind tot. Viele gibt's von euch. Ich hab euch jetzt nicht gezählt. Da ist noch einer. Es gibt mindestens noch zwei, würde ich schätzen. Ja, genau. Komm mir ja nicht zu nah, Kleiner. Okay, da kam noch einer. Es kommt immer mehr. Nicht wahr? Oh, verdammt. Das war ein Headshot. Ja, ich bin schon tot. Hallo? Übertreib's mal nicht, Kleiner. Ja. Okay, das hat mir zum Glück nur ein Schokoladenteil abgezogen. Ich muss sie so schnell wie möglich erledigen. Frech werden auch noch. Double kill. Und hier ist ein Aquarium. So. Wir machen hier kurz einen Prozess. Kleiner. Da. Verdammt. Wow, das war wieder knapp. Das ist ja verdammt. Ich kann die Hebel nicht aktivieren. Bist da nur noch du? Offenbar. Komm her. Okay. Chirurgen-Arschloch. Komm her. Das war fies. Da hab ich gemeint, ich hab alle erwischt. Und dann steht da noch so ein Typ. Der Oberarzt. Päh. Nicht die Waffen wegstecken. Hey. Komm schon. Komm schon. Okay, den auch. Okay, den hat's erwischt. Ich auch gleich. Den auch. Komm schon. Okay, den auch. Da sind immer noch zu viele von denen unterwegs. So. Noch einer. Hä? Wo ziehst du hin? Dann ist da noch der Oberarzt. Der da. Komm her. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Ich bin so froh, dich zu sehen. Kannst du mich hier rausholen? Ich glaube, das ist der Schalter drüben. Aber sei vorsichtig. Ich glaube, Anna ist... Ah, okay. Weißt du, welche Schalter es ist? Ja, es ist... Es steht drauf. Eine, meine, meine, meine. Eine, meine, meine. Oh. Und. Okay. Den rechten. Ich will den rechten. Ach, verdammt. Ich glaube, es ist wirklich... Ich bin wirklich hinterher. Ah, okay. Verdammt. Ach so, ich bin noch nicht tot. Danke. Dafür... Ich fühle sie ein bisschen komisch aus. Wie sehe ich aus? Du siehst toll aus. Ich muss jetzt los. Wir sehen uns. Wir freuen da aber noch. Konker. So. Wir gehen weiter. Wohin auch immer das Schicksal uns führen wird. Oh, verdammt. Arisieren und laden. So funktioniert das nicht. Okay, okay. Ich hab's ja verstanden. Ich bin schon wieder Game Over. Hm? Okay, weiter geht's. Kennen wir. Ich kann ja auch. Wow. Wo soll ich hin? Was gibt es hier? Die verschlossene Tür. Warte. Warte. Das ist ein Seil. Okay. Da ist ein Seil. Geh da hoch. Verdammt. Verdammt. Geh hoch. Äh, nee. Wie soll ich da hochkommen? Da ist mein Kopf halbiert. Wie soll ich da hochkommen? Ja, ja. Bla, bla, bla. Äh. Ich konnte mich noch nicht mal bewegen. Da wurde ich schon hier rauskatapultiert. Ja, ja. Ich hatte ladeheilmangel. Oh, ich hatte ladeheilmangel. Okay. Nochmal alles halbe abwarten. Jetzt geht. Snell. Nein. Okay. Das war offenbar nicht schnell genug. Einmal kann er mich ja getrost treffen, aber... Jetzt bin ich gleich wieder. Game over. Okay. Schneller. Hier hinten trifft er mich nicht. Schneller. Okay. Was soll ich da tun? Ich probier's gleich nochmal. No. Verdammt. Er hat mich erwischt. Da falle ich runter, wenn er mich trifft. Das schaff ich so nicht. Wie, wie, wie? Wie, wie soll ich das schaffen? Wie nur? Ja. Ja, kann ich... Ich... Was ist das? Hä? So langsam wie Conker reagiert klappt das nie. Du musst das Timing auf die Millisekunde stimmen. Jaja. Sonst klappt das nicht. Ey, wie konntest du mich jetzt dadurch treffen? Oh, das hab ich nicht. Jetzt aber... nein. Hä? Warum triffst du mich jetzt da plötzlich? Ja, und da natürlich auch. Ist klar. Trifft er mich auf einmal überall. Auch wo er mich vorhin nicht getroffen hat. Weck dich, Bi. Du bist Kacke. Jaja. Und der sucht mich da natürlich nicht hoch. Noch mal warten. Schnell um ihn herum und rennen. Wie trifft er mich da? Hey, Conker. Spring doch ab, wenn ich dir sage, du sollst springen. Ja, Game Over kennen wir schon. Und weiter. So. Rennen. 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 Ja, ja. Spockiert. Aber du siehst jetzt sowieso gleich wieder. Und jetzt laufst du Conker. Ja. Warte ich ein bisschen im Dreisch herum. So. Und. Nein. Schnell. Schnell. Nein. Das war scheiße. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das hab nein gesagt. Du verstehst ja nein eigentlich nicht. Blöder Bär. Hey! 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 Konka! Was sollte das denn jetzt? Kannst du mir ruhig sagen, wenn du keinen Bock mehr hast? Ich meine, wir können uns offen und ehrlich unterhalten. Wirklich? Hier gibt es keine Schokolade. Kreis drehen. Hallo, Bär. Du bist so scheiße, Bär. Hallo, Bär. Ja. Warum? Irgendwie gibt es so eine Erschütterung. So. Nein. Nein. Ja, super. Das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich nie. Nie. Das schaffe ich niemals, niemals, nie. Jetzt hat er mich schon mal getroffen. Hm. Nein. Verdammt. Ja, ist ja gut. Verdammt. So. So. Und ich wünsche mir die Kamera mehr mit spielen würde. Okay. Okay. Das war leicht. Das war leicht. Okay. Bärchen. Ziem. Sehr gut. Wer trifft das denn da? Äh. Das ist nicht wahr. Den treffe ich nicht. Wieso waren das alle? Natürlich nicht. Hey, hallo. Meine Güte. Keine Chance gegen die ganzen Bären. Ist die Kanone dennoch mir? Okay, immerhin etwas. Du sollst nicht die Waffe nachladen, du sollst da hoch springen. Das ist die Kanone. Das ist die Kanone. Wow. 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 Oh, 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 oh. Na ja, Leute, so wird das nix. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.